Lars Stimndl zum zweiten Was für ein Debüt im Gladbacher Trikot für den extra Noverana Doppelpack und dann hat er noch den dritten vorbereitet Jetzt sind sie in den Rücken, die hat er gekommen, Klassik gemacht von Johnson Hümmelmann kann Raphael noch aufhalten, aber nicht den Nachsitzer von Stimndl Jetzt wird es schwer für St. Pauli Lars Stimndl Mönchengladbach